Heute passiert all senses, die Kids und Rookies und Profis da sein müssen einfach so viel wie möglich bouldern und am Schluss kommen noch ein paar Specials dazu, ein paar Geschicklichkeitsübungen, eine Jam-Session mit allen so einem Spaß haben, Freude und auch viel Klettern. Also die Sander heute waren all senses bewerbt und da geht es darum möglichst viele am Polen am Felsen zu machen und Spaß dabei zu haben und selber an seine Grenzen zu gehen. Ich bin super glücklich hier. Es gibt in Kaltura eigentlich was nur leisten und wenn man mal einen Aufleger hat, dann muss man ein Haar aufstellen und das was man am meisten benötigt ist die Fingerkraft. Das ist total geil, also die Zimmer sind voll cool. Der Schneider ist bitte raus, gell? Das ist normal. Der Zangenpaps ist da, ist cool. Der ist in Süddehobo so stark geworden. Er hat ihre Fingerkraft her. Mit Kiceria freue ich mich immer. Die Italiener-Nomad hat so viele coole Sachen gemacht und die hat das im Polen auf der Welt. Plus dann Gelmanov, der hat 2015 schon da, in der auch die Gegend. Ja, right now I have a family trip and we just enjoy nature and walk a lot because I have a small kid. But here especially for climbing and I would like to do everything what possible to do in 3 days. Dann die Lara Neumeyer, die Melissa Leneve und der Fabian Poole ist auch noch dabei. Dann haben wir sie eigentlich alle, gell? Also der Pfand hat das schon viel gemacht. Also gerade wenn er Fingerverletzungen gehabt hat, hat er es eigentlich angefangen. im Tessin und so. Das war einfach so Plattenpolder und kann man halt ohnehin zum Quatern. Und dann hat er halt auch eine komplette Challenge draus gemacht. Und jetzt zum Schluss da noch blind klettern. Ist doch auch spannend für die Teilnehmer. Coole Challenge. Wir haben uns jetzt vorhin gerade den Bouldern fürs Blindklettern angeschaut. Das bedeutet, uns werden die Augen verbunden während wir klettern. Was eine ziemliche Herausforderung ist. Weil du weder siehst, wo du hinkreifst, noch du siehst, wo du hinsteigst. Und das Ganze wird ziemlich spannend. Es ist etwas Neues und du machst es eigentlich beim Klettern nie. Und es kommt wirklich darauf an, jeden Griff zu treffen und das Gefühl zu haben für den Facing. se habe ich geregnet. Bis zum nächsten Mal.